Hey Fußballfreunde, was geht ab? Hier ist wieder euer Petel und wir sind heute im Olympiastadion. Wir, das sind einmal Lukas von den Freekickers, Patrick von PMTV und Julian von FIFA Goals United. Wir zocken heute Fußballfreunde. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mega stark von den Leuten hier vom Olympiastadion, dass wir einfach duschen gehen dürfen. Alter, wir haben einfach hier duschen. Mega nice, mega nice, alter. Aber wie gesagt, no homo. No homo. Und die Duschen, hat Patrick schon erwähnt, sind echt nicht krasser als in der Kreisfestung. Außer dass der Abfluss läuft. Ja Leute, es war ein richtig geiles Erlebnis, gestern im Olympiastadion sein zu dürfen. Also man kann sich vorstellen, wenn man so im Stadion ist, ich war schon mal im Olympiastadion, aber ich war noch nie unten auf dem Platz. Also das kann man sich natürlich vorstellen. Es ist mega, mega stark und ich möchte mich einfach bedanken, weil ich war die ganzen Monate mit den Unlocked-Leuten unterwegs. Wir haben gedreht und alles rund um die EM. Da könnt ihr euch drauf freuen. Es wird in den nächsten Tagen wird ein Trailer hochgeladen. Ich packe euch den Kanallink mal in die Beschreibung. Und auch bei den anderen, alle die dabei waren. Es war Vive dabei, es war Master Scorpion dabei, es war Kranie dabei. Lukas von den Freekickers war dabei. Patrick war dabei von PMTV. Julian war dabei von FIFA Girls United. Es waren einfach so viele Leute dabei. Extrem krass. Extrem geil. Hat mir mega gefallen in dieser Monat. Obwohl es nicht immer alles glatt lief, so wie gestern. Ich bin gestern früh um halb sieben nach Berlin geflogen, um 22.30 Uhr zurück. Maschine hatte Verspätung. Ich dachte, also dieser Flug war der schlimmste Flug, den ich je hatte. Ich dachte, ich muss sterben. Und dann eine Stunde auf die Bahn gewartet. Und war gestern dann im Endeffekt erst um halb zwei, zwei Uhr zu Hause. Und mich direkt hingelegt und geschlafen. Leute, falls ihr euch fragt, warum der Vlog so klein ist. Das hat einen ganz einfachen Grund. Die ganzen Sachen haben wir für Unlock gedreht. Und wenn ich jetzt alles genommen hätte, bis hinten die Jungs dann hochladen können. Nichts. Schaut bei Unlock vorbei. Dort findet ihr demnächst richtig, richtig geile Videos. Ob es zum Thema Gaming ist. Ob es zum Thema Real Life Fußball ist. Also alles dreht sich rund um Fußball. Und um Europameisterschaft. Ist hoffentlich für euch alles was. Leute, wie immer bedanke ich mich bei euch. Weil ich feiere euch einfach. Wenn ich mir die Kommentare durchlese, dann denke ich mir immer so richtig, egal, stark, dass ihr das auch feiert, was ich feiere. Und darum geht es ja. Also, dass ich Content mache, der euch gefällt. Und dass ihr meinen Content mögt, den ich mache. Irgendwie so. Ja, ich freue mich einfach, weil Fußball ist einfach Leben. Wenn die Tage auch wieder richtig geile FIFA-Videos kommen. Mit Palle auch. Thema Europameisterschaft, Leute. Denn am Freitag geht es ja schon los. Und ich habe eine kleine Überraschung mit Tyson. Aber alles zu seiner Zeit. Leute, das war es vom Video. Vielen, vielen Dank, dass ihr ihn geschaut habt. Und ja, wir sehen uns morgen in alter Früche wieder. Leute, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Aber wir sehen uns dann wieder. Haut rein. Ciao.